Falls ihr den Kanal TeslaWelt unterstützen möchtet, könnt ihr mal bei Shop4Tesla vorbeischauen. Hier gibt es zum Beispiel die Fußgummimatten fürs Model Y und Model 3, Schutz gegen Nässe, von der Marke ToBeFair. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code TeslaWelt. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der TeslaWelt. Ich habe für euch heute mal wieder riesen News und das noch vor dem Earnings Call, der ja heute Nacht stattfinden soll. Wir sprechen zum einen über große Neuigkeiten aus Deutschland. Wir reden aber auch über eine neue Ankündigung, eine Erweiterung der Gigafactory in Nevada für den Semi-Truck und noch ein paar andere interessante Dinge. Richten wir mal unseren Blick nach Deutschland, denn hier gab es große Neuigkeiten. Zum einen mal steht ein neues Software-Update an. Das ist die Version 2023.2.0.5. Und dieses Software-Update bringt einige langersehnte Änderungen mit sich, vor allem für Deutschland. Und zwar geht es hier um die Schildererkennung im Tesla. Das ist ja eins der Aufregerthemen bei Tesla, dass die Schildererkennung in Deutschland bisher nur unzureichend funktionierte. Beziehungsweise die war einfach abgeschaltet auf der Autobahn. Der Tesla kann Schilder erkennen. Technisch ist das kein Problem. Ihr kriegt die auch in der Visualisierung bisher bereits angezeigt. Aber er setzt sie eben oft leider nicht um. Zu dem Thema habe ich ein interessantes Interview mit dem Martin Hund kürzlich geführt. Das verlinke ich euch hier nochmal. Und das scheint sich jetzt zu ändern. Die Info kommt hier über Twitter von Tesla-Update-Info. Das betrifft speziell Deutschland und Spanien. Und hier gibt es jetzt die Tesla-Release-Notes, also die Beschreibung von Tesla, was alles in dem Software-Update enthalten ist. Unter anderem steht hier, Speed Assist nutzt jetzt die Kameras ihres Fahrzeugs, um Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder zu erkennen. Das war wie gesagt vorher schon so. Dies verbessert die Genauigkeit der Tempolimit-Daten auf lokalen Straßen und auf Autobahnen in ausgewählten Ländern, Deutschland und Spanien im Moment. Erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder werden in der Fahrvisualisierung angezeigt. Ja, was heißt das jetzt genau? Ich würde mal darauf tippen, dass Autopilot in Zukunft auch auf Autobahnen die Schilder erkennt und dementsprechend umsetzt. Ob die Geschwindigkeitsbegrenzungsdaten dann immer noch durch alte GPS-Informationen überschrieben werden, das muss man mal abwarten. Zumindest ist es ein Schritt in die richtige Richtung und vielleicht beendet es ja ein für alle Mal diese Diskussion in Deutschland über die Schildererkennung. Das wäre doch auch mal klasse. In dem Update sind noch ein paar andere interessante Features enthalten, wie eine stufenweise einstellbare Lenkradheizung und auch ein Sentry-Mode-Update. Hier geht es um die aufblitzenden Scheinwerfer beim Sentry-Mode. Darüber hatten wir ja bereits schon gesprochen. Das waren aber nicht die einzigen interessanten Nachrichten aus Deutschland, denn es gab noch ein offizielles Statement von Tesla Deutschland und zwar zur Buffer-Förderung. Das scheint ein neuer Trend zu sein, dass Tesla Deutschland sich hier offiziell äußert und ich finde das eine hervorragende Entwicklung. Davon bitte gerne in Zukunft mehr. Tesla Deutschland schreibt, wie die Buffer Ende vergangener Woche offiziell bestätigt hat, qualifizieren sich sowohl das Tesla Model 3 sowie erstmalig auch das Tesla Model Y für die höchste Prämie der neuen staatlichen Förderung, die 2023 bis zu 6.750 Euro beträgt. Das sind die 4.500 Buffer-Förderung plus der Herstelleranteil. Sowohl bei Model 3 als auch bei Model Y gilt die Höchstförderung für sämtliche Modell-Upgrades und somit auch für die Varianten mit der maximalen Reichweite und das Performance-Modell. Wow, das ist doch mal was! In Kombination mit den jüngsten Preisanpassungen ermöglicht die neue Höchstförderung für alle Varianten der Modelle 3 und Y einen noch einfacheren Zugang zum Besitz eines Teslas. Gemäß unserer Mission, den globalen Wandel zu nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen. Das Tesla Model 3 ist bei maximaler Bezuschussung somit bereits ab 40.470 Euro erhältlich. Das Model Y ab 41.370 Euro. Und ja, das sind schon sensationelle Nachrichten. Das wird sehr viel mehr Leuten ermöglichen, einen Tesla zu fahren. Im Anschluss daran gab es dann noch eine E-Mail an Kunden von Tesla und darauf stand noch eine kleine weitere interessante Information. Zitat, bei Auslieferung bis zum 31. März 2023 erhalten Sie für alle Model 3 und Model Y außerdem Leasing-Konditionen zu einem Sonderzinssatz von 0,99%. Ja, und was da nicht drin stand, aber was auch noch der Fall ist, wenn ihr das Auto finanziert, ist der Zinssatz bis Ende des Quartals auf 1,99% festgelegt. Ja, und auch das ist tatsächlich ein Game Changer, denn dadurch wird das Leasing bei Tesla schon extrem attraktiv. Schauen wir uns zum Beispiel mal das Geschäftswagen-Leasing an. Das ist die günstigste Option bei Tesla. Wenn ihr für 48 Monate ein Standard Model 3 bestellt und 25.000 Kilometer im Jahr fahren wollt, dann zahlt ihr, wenn ihr nur die Buffer-Prämie von 4.500 anzahlt, 348 Euro im Monat. Gut, dann kommen vielleicht noch die Winterreifen obendrauf, dann sind es 368 im Monat. Sensationell günstig. Oder nehmen wir mal die verrücktere Variante und bestellt uns ein Performance Model Y in rot natürlich mit weißen Sitzen und Winterreifen. Dann kostet das 589 Euro monatlich. Wie gesagt, für ein Performance Model Y und das ist genauso teuer wie die Miete zum Beispiel hier für einen Dacia Spring, so wie das Electric Felix hier getwittert hat. Hm, Dacia Spring oder Performance Model Y? Die Wahl fällt mir sehr schwer, muss ich sagen. Das ist schon sensationell, zu welchen Konditionen es im Moment Tesla-Fahrzeuge zu kaufen gibt. Die Verbrenner-Konkurrenz wird es schwer haben. In den USA hat Tesla übrigens die Preise beim Long-Range Model Y leicht angehoben. Und zwar um 500 Dollar. Das kostet jetzt also statt knapp 53.000 Dollar 53.500 Dollar. Keine große Sache eigentlich. Es zeigt vielleicht, dass die Nachfrage für Tesla wieder ausreichend gegeben ist. Aber es ändert ein bisschen etwas an den Steuererleichterungen beziehungsweise an der Qualifizierung der Person für eine Steuererleichterung. Denn hier gibt es ja diese Begrenzung auf 55.000 Dollar in den USA. Darüber hatten wir schon ausgiebig gesprochen. Und die bezieht sich auch auf den Preis inklusive der Optionen. Das heißt, das Auto darf insgesamt die 55.000 nicht überschreiten. Ja, und wenn ihr zum Beispiel das Auto in Rot wollt, die Option kostet 2.000 Dollar, dann seid ihr da jetzt drüber. Das geht also nicht mehr. Und auch die 20 Zoll Felgen sind mit 2.000 Dollar dann zu teuer. Alle anderen Optionen gehen aber zumindest einzeln. Farbe oder Anhängerkupplung zum Beispiel. Kommen wir jetzt aber mal zu den großen Neuigkeiten diese Woche. Und wie gesagt, das noch vor dem Earnings Call. Tesla investiert weitere 3,6 Milliarden Dollar in die Tesla Semi-Truck-Produktion. Und zwar in Giga Nevada. Ja, die Informationen dazu, die fingen bereits gestern an, so langsam durchzusickern. Und zwar gab es hier einen amerikanischen Politiker. Der hat bei einer öffentlichen Rede plötzlich angekündigt, dass er sich auf morgen freue, wo er mit Elon Musk dieses 3,6 Milliarden Dollar Investment feiern wird. Naja, und spät in der Nacht dann bei uns kam dann noch die Meldung von Tesla ganz offiziell per Blog-Eintrag. Wir investieren weiter in die Giga Factory in Nevada, heißt es da. Sie beschreiben ein bisschen den Werdegang der Giga Nevada. 2014 hatte sich Tesla verpflichtet, 3,5 Milliarden Dollar in Nevada in die erste Giga Factory zu investieren. Es ging darum, eine Batterie-Produktion von 35 Gigawattstunden pro Jahr aufzubauen, die genug Batteriezellen für 500.000 Autos jährlich produzieren kann. Ja, und das klingt jetzt vielleicht gar nicht mehr so aufregend. Tesla hat ja inzwischen x Gigafactories gebaut. Aber Leute, damals war das ein absoluter Game Changer. Das war vollkommen verrückt. Tesla war ein kleines, blödes Start-up. Sie bauten gerade mal so ein bisschen das Model S. Niemand hat die damals ernst genommen und die kamen an mit diesem riesigen Investment und der Partnerschaft mit Panasonic. Man muss sich vorstellen, dass die 35 Gigawattstunden, die heute auch nicht mehr so viel klingen, damals das Äquivalent zur gesamten weltweiten Batteriezellproduktion darstellten. Also, wir nehmen die ganze Welt, schauen uns an, wie viele Batteriezellen dort hergestellt werden, für Laptops, für Handys, für alles Mögliche. Und dann kommt Tesla als Mini-Start-up an und sagt, wir verdoppeln das jetzt. Das war absolut irre und auch Wahnsinn, dass Panasonic damit eingestiegen ist. Genau das beschreibt Tesla dann auch in dem Blog-Eintrag. Dieses Niveau der Batterieproduktion war zu diesem Zeitpunkt für eine einzelne Anlage beispiellos. Und die erwartete Produktion war größer als die gesamte weltweite Batteriezellproduktion im Jahr 2013 zusammengenommen. Zusammen mit anderen Zulieferern vor Ort planten wir dann, in den nächsten 10 Jahren 6.500 Vollzeit-Mitarbeiter einzustellen, um die Giga Nevada zu bauen und hochzufahren. Das hat Tesla auch so ungefähr gemacht. Das Investment war aber weit höher. 6,2 Milliarden Dollar wurden bereits in Nevada investiert und eine Riesenfabrik aufgebaut. Allein durch den Bau wurden schon 17.000 lokale Arbeitsplätze geschaffen, schreibt Tesla. Wie ist der Status heute? Die Giga Nevada hat bereits 7,3 Milliarden Batteriezellen produziert. Das sind 37 Gigawattstunden und mehr jährlich. Es wurden 1,5 Millionen Battery-Packs hergestellt, 3,6 Millionen Antriebseinheiten, also Motoren und eine Million Energiemodule. Wir reden von Powerwall, Powerpacks und Megapacks. Insgesamt sind das über 14 Gigawattstunden Speicherkapazität. 11.000 Menschen arbeiten in der Giga Nevada, schreibt Tesla dann noch. Und jetzt geht es um ein neues Investment von 3,6 Milliarden Dollar. Wozu wollen sie das einsetzen? Es geht darum, den Tesla Semitruck dort in großer Masse zu bauen. Der Tesla Semitruck, der kam ja Ende letzten Jahres zu ersten Kunden, nämlich zu PepsiCo. Es ist ein 40-Tonner, der mit voller Beladung über 800 Kilometer weit fahren kann. Das hat Tesla bewiesen. Und bevor hier jetzt alle losschreien, das erfolgt vermutlich mit einem minimalen Trade-off bei der Beladung. Ja, dazu hat Tesla keine konkreten Zahlen genannt. Und nachdem der Tesla Semitruck so viel günstiger unterwegs ist wie ein Diesel-Truck, ist dieser vielleicht kleine Nachteil bei der Beladung vernachlässigbar. Finanziell lohnt sich das auf jeden Fall. Und meistens sind LKWs ja sowieso nicht immer bis zur maximalen Ladegrenze beladen. 50.000 Stück davon will Tesla im Jahr 2024 bereits bauen. Und da wird es klar, dass hier ganz schnell eine Fabrik her muss. Denn bisher gibt es zwar schon eine Produktionslinie für den Tesla Semitruck in Nevada, aber da kann Tesla mutmaßlich bisher nur fünf Stück pro Woche bauen. Von dem hier eigentlich nicht verwunderlich, dass sie hier so ein Rieseninvestment ankündigen. Man muss aber schon sagen, dass dies sehr viel Geld ist. Das ist im Prinzip wie eine komplett neue Gigafactory. Und Tesla wird auch nicht nur diese Produktionslinie für den Semitruck davon bauen, sondern es gibt noch eine zweite Produktionslinie für eine Batteriezellproduktion der 4680er Zellen von Tesla. Die soll dann 100 Gigawattstunden Output jährlich mit dazu bringen. Für die 50.000 Semitrucks brauchen sie ungefähr die Hälfte davon. Ja, und wenn wir das in PKWs rechnen, dann wären das eben ungefähr 1,5 Millionen Stück jährlich. Tesla schreibt in seinem Text, wir werden zwei neue Fabriken errichten. Und dazu haben sie einen 3D-Render der Gigafactory Nevada veröffentlicht, die wunderschön ausgebaut und fertiggestellt ausschaut. Mit einem riesen Solardach drauf natürlich. Und es schaut so aus, als würden sie die Giga Nevada Fabrik, die ja bisher nur zu 30% der ursprünglichen Pläne ausgebaut wurde, jetzt damit endlich fertigstellen. Wenn das für euch interessant war, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und ein Abonnement, darüber würde ich mich sehr freuen. Wer den Kanal weiter unterstützen möchte, der kann auch mal unten in die Shownotes reinschauen. Da stehen verschiedene Mittel und Wege, wie ihr das machen könnt. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt es unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise von dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel. Ja. Das war's für heute.